Moin moin Leute, herzlich willkommen. Heute spielen wir Worms Reloaded. Worms ist ein so klassisches Spiel aus der Kindheit und ich glaube, das wird auch einfach nie langweilig. Deswegen zocken wir es heute wieder im Weihnachtsdezember, wie ihr es kennt. Mit dabei habe ich heute den Nexo und den David. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallöle. Und wir kloppen jetzt mit unseren Würmern aufeinander rum mit irgendwelchen Waffen. Na, Nexo ist noch kein Licht aufgegangen. Okay, Käsewelt. Gefällt euch die Käsewelt? Mir gefällt die Käsewelt nicht. Sieht sehr cool aus. Was, haltet ihr davon? Oder ist das schon zu gefährlich? Ah ja. Doch, doch, ja. Ach du Eilige, das kann ja was werden. Hm. Nein. Oh mein Gott, die Zeit. Mach dich bereit. Warum ist das Spiel eigentlich so laut? Ja, das... Ich glaube, man muss Spieleentwicklern generell mal erfahren, dass sich das Spiel nicht komplett auf 1000% stellen. Alter! Ah, ich höre halt einfach gar nichts mehr. Was? Ach, da kommt sie. Da habe ich die behinderten Hüte auf. Oh! Das war der sinnvollste Zug, das war der sinnvollste Zug, den jemals jemals in Worms gemacht hat. Ja, und Lexus ganz sicher. Ach ja, nö. Da fängt in diese coolen Hüte auf. Grant, wer ist das? Das ist Nexel, sein Team. Oha, heftig. Aber was tue ich, das ist echt ne gute Frage. Bis jetzt ist dein Worm ziemlich unentschlossen, was er tun will. Ja, die Zeit auch. Drei, zwei, eins und das war's. Also, nächstes Zug war genauso sinnvoll wie meiner. Ne, ich habe Leben verloren. Lass bitte Marionäse in Ruhe. Ah, du hast doch ganz viel Zeit. Ja, ich töte mich selber. Das ist es, warum ich Worms liebe. Das passiert einfach immer. Ja, sehr gut gemacht, David. Oh mein Gott. Soll ich dir einfach ne Bazooka abknallen? Warte, ich habe Angst, dass ich jetzt die falschen Knöpfe drücke. Ich muss das lieber an die Reaktion machen. Ja, Taste feuern, Enter springen, Doppelklick, Enter für rückwärts. Ich spiele tatsächlich mit Controller. Okay. Auf dem Befein, wenn ich nicht, nehme auf die Oldschool Bazooka und klatsche Silver Fox richtig einen rein. Ne, mach das mal nicht. Tschüss. Hat er nicht gemacht. Ich habe da ne lustige Idee. Oh oh. RIP. Okay, war nicht ganz der Plan, aber hat auch funktioniert. Nein, ich kann doch nicht schwimmen. Hab ich gemerkt. Wollte ich eigentlich in deinem Loch versenken, aber irgendwie bist du doch rausgeflogen. Ja, Moit, das habe ich gleich ausgewählt. Ich muss das. Ich muss das machen. Willkommen in Worms, das ist einfach so witzig. Hallo? Stopp. Das war es natürlich genauso gut planen. Oh, willst du denn? Hä, dann denkst du, willst du denn die Kiste? Oha, sogar noch einen coolen Modus, ey. Dieses, das ist sein. Der hängt da einfach in einer Spalte. Das ist schön, so cool wie James Bond, muss man sagen. 15 Sekunden ist nie. Haha. Ja, jetzt. Dün, 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 dün. Oh, da hat er noch. Du musst in Not reagieren. Hm, das hat man gesehen. Du weißt, was das wirklich schlechter wäre, wenn er das hätte gedacht. Das hat er schon gedrückt, an deiner Stelle. Tatsächlich. Na, was? Bomse, Bertha, nein. Oh, je. Hallo? Oh, rip. Ja, rip. Rip. Ja, erst muss er da irgendwie versuchen. Baseballschläger. Das war müssen wir lassen. Oh, cool. Das war eigentlich ein bisschen anders geplant, aber ich wollte dir natürlich nicht. Aber hey, jetzt hilfst du ihm, du zumindest hast uns zur Kiste drängen. So, was wird der jetzt mit uns machen? Ja, wenn wir Pech haben damit, dann kriegen wir beide völlig einen ab. Ja, Nabokka! Pech kann man gar nicht haben, ey. So viel Luck kann man nicht haben. Volk Y, dann kannst du die Flugrichtung ändern. Hä? Ach, das war ein Arpein. Ja, hast du mich ausgelacht, jetzt hast du deinen Wurm verloren. Ja, hab ich verdient. Ja, ich hab auch nur einen. Aber du hast ja noch zwei, drei Kiele. Nein, nein! Das war ganz schön knapp, okay. Ich gebe ihm voll eine mit. Oh, fuck. Oh, ich bin so ein... Ach, du Vollhonk. Ja. Ich liebe Wurms. Das ist genau so dafür, weil es funktioniert einfach nichts, was man sich vorstellt. Aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Nexon die coolsten Hüte hat. Auf jeden Fall. Ich mag keinen Arpein mehr. Ich bin Team Straßenkämpfer, mein Team-Haste-Zurk. Zerstöre-2-Konzept-Prozess. Ja, RIP, Junge. Turn 1. Das sieht schmerzhaft aus, David. Das da? Au. Was? Das hat richtig Damage gemacht, Jamm. Oh, was? Können wir David jetzt endlich einen Rest geben? Okay, ich kann ihm da nicht ziehen, also weiß ich nicht, was mir da passiert. Das ist ein Geschützturm. Den stellst du hin. Ja, moin. Lass nur nicht vor den Laufenden, töte doch dich. Pff, was ist das? Der kann doch nicht auf meinen eigenen Wurm gehen. Am besten gleich von unten wegbomben, dass er in den Forza fällt. Hallo, kannst du aufhören, dem jetzt noch Hilfe zu geben? Jetzt versucht er jetzt eine auf James Bond zu machen, ja. Weil wir da hinschießt. Warte, mit welchen Knopf lege ich jetzt das Dynamite? Mit dem Knopf, in dem ich... Mit dem Waffenknopf da. Epsilon? Mit dem Waffenknopf da, ja. Ja, hängt da einfach ganz gut. Na, was? Du fällst aber runter. Der RIP, Junge, tötet dich doch einfach selber. Oh mein Gott. Okay, nächstes Mal noch zwei Dinger. Wir haben noch ein Ding da, Mann. Wir haben... Also, für uns beide ist es gleich keines, wem. Oh mein. Okay. Gut, was haben wir hier noch so schön jetzt? Hm... Damit komme ich nicht klar. Okay, pass auf. Jetpack. Oh je. Oha. Oh, 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 oh. So, was habe ich jetzt hier? Jetzt einfach die komplette Suicide- Aha. Als ob der da einfach ein Millimeter zu... Oh. 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 Weil... Eine Pixel-Kreuz einfach... Puff. Auf der Kante hängen geblieben. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Mario, jetzt sind's am Klier. Keine zwei Wärme zu zerstören. Ah, nee, 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 nee. Was macht er jetzt da unten in seinem Loch? Dass er mal zur Waffenküste gehen und dann... Wahrscheinlich sterben. Wie kannst du da halt leider nicht machen? Nein! Ich bin schon mal die Letzte geworden, das ist so ein Glück. Mann, ich hätte so den Planen. Ich habe gerade eine Bananenbombe bekommen. Und wollte lieber Nexo da unten reinballern. Dann wäre der Meinung, dass er meine Wörner vielleicht weg gewesen. Scheiße, ich hätte... Oh, das hätte klaren können. Nexo, du kannst mir Ruhestand einen Zug schenken, oder? Ich glaube, das... Sieh die Bunkerbombe anders. Ja. Die ist doch... Nein. GG! Auf jeden Fall, GG, ey. Alter, witz, ey. Ohne Scheiß, warum ist das so witzig, für genau die Situation, die wir erlebt haben? Ich weiß aber, das kann ich die ganze Nacht spielen, ne? Das ist mega witzig. Das soll's heute gewesen sein. Und, ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Ja, Bombs. Eigentlich immer. Klassiker kann man immer spielen, kann ich empfehlen. Da kann man bei Nzin Gaming für ein 3-Euro-Stück bekommen. Ja, es gibt ein 3-Euro-Stück, ganz klar. Auf jeden Fall, ja, nein. Aber ist halt günstig, so. Kann man sich immer dann nicht. Ich meine, David, du hast ja heute das Game gekauft, kann man mal machen, oder? Jo, auf jeden Fall. Von daher, übel geiles Game. So, Leute, ich würde sagen, morgen geht's weiter. Deswegen, bis dahin, gute Nacht. Und tschüss.